Hey, ich bin Miles. Pass auf auf, Arschloch! Als ich noch klein war, wollte ich immer ein Held sein. Aber stattdessen wurde ich groß und ein Nobody. Schon wieder hat Skizm... Skizm... Skizm hetzt durchgeknallte Random Player aufeinander und lässt sie bis zum Tod kämpfen. Und das Internet ist begeistert. Next wins. Klaft er, Next! I love you! Ich komme ja schon. Ich glaube, sie haben die falsche... Wer seid ihr? Hör mal, das klingt jetzt gleich ziemlich bescheuert. Aber kannst du mir helfen? Jemand hat Pistolen an meine Hände geschraubt. Ja, da hast du recht. Das klingt wirklich ziemlich bescheuert. Du hast 24 Stunden, um Next zu töten. Wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Wer ist fucking Next? Nicht schießen, bitte! Ich will nichts mit dieser Sache zu tun haben. Ich habe einen Plan. Das hören. Du kannst damit aufhören und stattdessen Skizm killen. Ähm... Nein. Pass auf, du entspannst dich und hörst auf, wegzurenzen! Es wurden sicher Fehler gemacht, aber... 10 Millionen Zuschauer. Du hast Geschichte geschrieben. Ich hab diesen Scheiß nie gewollt. Ich hab diesen Scheiß nie gewollt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017